Hallo liebe Dinosaurier-Freunde, herzlich willkommen zur Trailer-Besprechung zum Trailer von Jurassic World. Die Chaos-Theorie. Vor wenigen Minuten wurde der erste Trailer zur neuen Netflix-Serie veröffentlicht. Wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam an und ich zeige euch, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was vielleicht euch entgangen ist oder andersrum, was ihr mir noch sagen werdet. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam hier in diesem Video an. Also lasst uns hier mal rüber wechseln zu YouTube. So, wir fangen gleich mal hier in der Startsequenz an. So, also ihr hört schon, sie haben sich offensichtlich verabredet und dann wird unsere liebe Brooklyn, das scheinen die letzten Aufnahmen von Brooklyn zu sein, wird dann überrascht von einem Dinosaurier, den wir hier im Hintergrund sehen können. Da seht ihr ihn und es ist ganz eindeutig der Allosaurus, wobei ich sagen muss, dass der Allosaurus hier ein wenig aus dieser Perspektive ein wenig ulkig aussieht. Er hat ein etwas verzogenes oder verzerrtes Gesicht, finde ich zumindest. Es ist mit großer Sicherheit der gleiche Allosaurus, den wir auch schon in Battle at Big Rock gesehen haben. Davon gehe ich ganz stark aus, denn wir hören natürlich auch seinen entsprechenden Schrei, der wie folgt klingt. So, und damit bricht die Aufnahme auch schon ab. Das ist also der Einstieg in diesen Trailer und mit diesem Mysterium beginnt es also, denn im weiteren Verlauf des Trailers erfahren wir, dass Brooklyn offensichtlich tot sein soll. Das sind also die letzten Aufnahmen, die Brooklyn Leben zeigen. Und mit dieser Szene geht es weiter. Wir haben hier ein Gespräch zwischen den beiden Hauptcharakteren, die wir auch schon aus Jurassic World Camp Cretaceous kennen, gelernt haben. Unseren lieben Ben und unseren lieben Darius, die hier natürlich ein ganzes Stück größer und älter geworden sind. Aber das ist natürlich nichts Neues, denn im ersten Teaser zu Jurassic World Chaos Theorie, oder die Chaos Theorie, haben wir die beiden natürlich schon gesehen. Also das ist erstmal nichts unbedingt Neues. Und hier kommt ja ein Portal zum Vorschein, Dark Jurassic. Das scheint hier also quasi, ja, ich schätze mal so eine Art News-Portal zum Thema Dinosaurier zu sein, wo scheinbar Dinosaurier-Sichtungen hier präsentiert werden. Wir haben hier auf der linken Seite oben eine kleine Weltkugel und verschiedene Icons und Symbole. Diverse Dinosaurier. Also es wird sich schon hier um eine Art Sichtungs-Page handeln. Mittlerweile sind die Jungs ja etwas größer geworden. Und ihr könnt schon sehen, die Jungs können mittlerweile selber Auto fahren, müssen also nicht mehr unbedingt sich auf den lieben Kenji verlassen. Oh, jetzt habe ich schon zu viel gequatscht. Aber na gut, okay. Also wir schauen mal weiter. Und hier wird das erste Mal von Brooklands Tod gesprochen. Habe ich ja gerade schon angeteasert. Aber ganz ehrlich, ich glaube denen kein Wort. Wir haben hier eine Netflix-Serie, die hier als Nachfolge-Serie von Jurassic World Neue Abenteuer anzusehen ist. Also es ist quasi die Fortsetzung davon. Und auch in Jurassic World Neue Abenteuer wurde ja der Ben schon zeitweise als tot dargestellt. Oder man hatte den Eindruck, dass er tot sein soll. Und das hat natürlich nicht der Wahrheit entsprochen. Wir haben ihn einfach nur nicht gesehen. Er war nicht tot. Und ihr könnt ihn ja hier sehen. Also das heißt, er hat das Ganze wunderbar überstanden. Und es ist natürlich erstmal die Einstiegsgeschichte, die uns hier in die neue Serie begleiten soll. Was wieder eine Art Mysterium ist. Und Brooklyn soll also angeblich tot sein. Ich glaube dem kein Wort. Und hier habt ihr jetzt also die Aussage, dass es quasi ein gezielter Angriff auf Brooklyn gewesen sein soll. Der scheinbar von jemandem initiiert wird, der Dinosaurier für solche schmutzigen Morde benutzt. Wer das ist, das zeigt natürlich der Trailer nicht. Ganz klar. Wir sollen natürlich ein bisschen auf die Folter gespannt werden. Doch wieso? Wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Doch wer auch immer Brooklyn getötet hat, ist jetzt auch hinter uns her. Und damit werden natürlich auch unsere beiden Hauptcharaktere hier mit in die ganze Geschichte involviert. Also sind sie jetzt Ziel dieses Angriffs? Sollen sie jetzt sozusagen die Nächsten sein, die hier von Dinosauriern umgebracht werden sollen? Und dass den beiden das natürlich nicht schmeckt, das sollte uns allen ganz klar sein. Wir müssen alle warnen. Das Ganze spielt also wieder offensichtlich in Amerika, beziehungsweise wahrscheinlich in der Gegend um das Lockwood anwesend, beziehungsweise eben in der Region. Ich glaube, das war Kalifornien. Glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, Kalifornien war es. Und das sieht man auch ganz gut daran, dass hier Oberleitungsmasten verwendet werden oder im Film vorkommen. Denn bei uns in Europa sind Oberleitungen doch eher die Seltenheit. Wenn man mal jetzt von Hochspannungstrassen absieht, bei uns ist das alles unterirdisch verkabelt. Also das Ganze spielt hier wieder in Nordamerika und nicht in Europa, weil ja natürlich die Biosyn Corporation und dieses entsprechende Tal in Italien angesiedelt war. Das ist also eine ganz interessante Sache. Somit spielt es also unmittelbar nach dem Lockwood-Unfall. Die sechs Camper sind insgesamt natürlich alle wieder zusammen in dieser Serie vertreten. Das war schon von vornherein klar. Zumindest dachte ich das ganz stark. Warum nicht? Warum sollen bloß die beiden vorkommen? Es ist quasi die Anschlussserie. Und was ist aus den anderen Charakteren geworden? Das Ganze sehen wir hier. Wir haben hier unsere Sammy, die hier ein anderes Outfit hat, ein bisschen größer ist, einen neuen Haarschnitt hat. Finde ich ganz interessant. Wir haben auch hier im Hintergrund einen Stegosaurus, den wir hier sehen können. Das Ganze scheint aber offensichtlich eine Art Skulptur zu sein. Vielleicht ist das Ganze auch eine Art Auffangstation, wo sie arbeitet. Oder vielleicht hat sie auch in irgendeiner Art und Weise mit Dinosaurier zu tun. Das Ganze kann man jetzt hier aus dem Bild nicht ableiten. Wir schauen mal weiter. Unser Kenji ist auch mit dabei. Er ist auch ein Stückchen größer geworden. Hat mal ein anderes Oberteil an. Sonst hat er immer blau an. Jetzt in grün. Grün, die Farbe der Hoffnung, glaube ich. Also er scheint hier die Hoffnung zu vertreten. Yasmina sieht auch ein bisschen anders aus. Hat noch eine ähnliche Frisur, aber so ein bisschen, ja, hat sich also ein bisschen gewandelt. Ist klar, die Jungs und Mädels sind ein Stückchen älter geworden. Hier haben wir unseren Antagonisten, der hier offensichtlich seinem Arbeitgeber. Ich könnte mir vorstellen, dass der Arbeitgeber oder der Kontaktmann, wie auch immer, hier Soyona Santos sein könnte. Oder ja, vielleicht eine kriminelle Bande, die hinter ihr steht, dass die hier in das ganze Thema mit verwickelt sind. Denn wir sehen gleich in der nächsten Szene, dass hier natürlich die Atroziraptoren mit auftreten. Wir haben ein Problem. Hier sehen wir jetzt eine Szene in einer weiten Landschaft. Wir haben hier hinten auch so einiges an Zäunen stehen. Die Zäune sehen auch ziemlich massiv aus. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch das ganze ein Dinosauriergehege sein. Und wir sehen hier gleich unten in der Ecke verdächtige Strukturen. Wir haben hier ein Horn und eine Art Rückenplatte. Und in der nächsten Szene sehen wir einen Teil unserer Camper und im Hintergrund könnt ihr ihn sehen. Unseren lieben Bumpy, er ist also auch wieder in der neuen Serie mit vertreten. Die Frage, die sich mir hier stellt, spielt das Ganze jetzt hier auf Isla Nubla oder haben sie Bumpy in irgendeiner Art und Weise auf das Festland rüber geholt? Das Ganze kann man jetzt hier aus dieser Szene noch nicht ableiten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Bumpy wieder mit von der Partie ist. In dieser Szene sehen wir hier aus dem Wasser herausgefilmt zwei unbekannte Gestalten, die hier an einem Beckenrand stehen. Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr hier oben verdächtig bekannte Strukturen sehen. Ich würde mal behaupten, das könnten durchaus Strukturen bzw. Zaunelemente aus dem Mosasaurus-Gehege sein. Weil natürlich der Mosasaurus im Endkampf von Jurassic World durch diesen Zaun durchbricht und den Indominus Rex ins Wasser zieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich hierbei genau um diese Stelle handelt. Warum die Jungs natürlich jetzt hier ins Wasser schauen, das kann ich natürlich euch noch nicht beantworten. Es bleibt spannend. Hier haben wir jetzt eine Art Bungalow, wie auch immer. Und hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass derjenige, welcher es auf sie abgesehen hat, Dinosaurier als die Macher für diese schmutzigen Taten verwendet. Ja, und hier wird das erste Mal von den Raptoren gesprochen. Natürlich wissen wir, das sind hier die Atrozi-Raptoren, die wir auch in Jurassic World Dominion zu sehen bekommen. So, und hier haben wir jetzt eine ganz interessante Szene. Wir sehen hier einen Arm und einen Pfeifton dazu. Und in der nächsten Szene haben wir die Atrozi-Raptoren, die nach oben geschossen kommen. Und ihr habt gerade gesehen, um den Hals baumelt ja noch so eine Pfeife. Das heißt, das könnte eine Anspielung auf Owen Grady's Forschungen sein, die man hier in dieser Szene macht. In der nächsten Szene haben wir eine Anspielung auf natürlich Jurassic Park, ganz klar. Denn ihr könnt hier die Raptoren-Füße sehen. Oder in dem Fall sind es die Atrozi-Raptoren, die hier durch ein Gebäude stapfen und es hier offensichtlich auf unsere Sammy abgesehen hat. Und wenn ich mir so den Teppich anschaue, der hier unten so verlegt ist, könnte ich mir vorstellen, dass es quasi das Zuhause von Sammy selber ist. Vielleicht wohnt sie bei ihren Eltern mittlerweile wieder. Sie kam ja, ich glaube, aus Mexikanisch aus. Ich glaube, sie kam aus Mexiko, aus da unten, aus dieser Ecke. Auf jeden Fall sieht es doch eher nicht so amerikanisch aus. Also das heißt, es wird wahrscheinlich bei ihr Zuhause sein. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Sammy passiert hier ein kleines Missgeschick. Ihr fällt eine Mistgabel um. Wobei ich es interessanterweise finde, wer hat eine Mistgabel zu Hause zu stellen? Vielleicht ist das ja hier eine Art Abstellkammer. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich es etwas ulkig, dass man hier eine Mistgabel zu Hause rumstehen hat. Und hier seht ihr die Atorzi-Raptoren, die hier genau wie in Jurassic World Dominion hereingestolziert kommen. Also quasi mit einer Affengeschwindigkeit auf ihre Beute Jagd machen. Es sieht absolut ähnlich wie in Jurassic World Dominion aus. Hier könnt ihr jetzt also eine Karte von Brooklyn sehen. Und hier steht lustigerweise Carl Dino-Nerd an. Also ruf Dino-Nerd unseren lieben Darius an. Dann haben wir hier irgendwas mit dreimal. Keine Ahnung, was das genau heißen soll. Auf jeden Fall haben wir verschiedene Punkte, verschiedene Kringel, die hier eingekringelt sind. Wo sich irgendetwas Mysteriöses abspielt, wo unsere Brooklyn hier auf irgendetwas gestoßen ist. Interessant. Hier öffnet sich jetzt ein Tor und ihr könnt die beiden sehen, wie sie auf eine Straße blicken. Das Ganze könnte hier eine Art Fähre sein, vermute ich jetzt mal. Denn das Ganze sieht doch etwas nicht ganz so tropisch aus, wie es auf Isla Nubla zum Beispiel der Fall ist. Das heißt, das Ganze wird hier wahrscheinlich auch irgendwo in Nordamerika spielen. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr mysteriös. So, hier könnt ihr jetzt ja eine Übergabe sehen von einem Baryonyx, der hier von dem einen LKW in den anderen verladen wird. Also auch der Baryonyx scheint in dieser Serie wieder mit von der Partie zu sein, obwohl wir bisher noch keine Figur in dem Sinne zu Jurassic World Chaos Theory angekündigt haben. Wir haben zwar einen Baryonyx in der Epic Attack Serie angekündigt bekommen, der ja auch noch nicht erschienen ist. Deswegen habe ich den auch noch nicht vorgestellt, zumindest bei uns hier noch nicht. Hier und da in Nordamerika ist er schon aufgetaucht. Soviel erstmal zu dieser Figur. Auf jeden Fall könnte durchaus der Baryonyx wieder eine treffende Rolle hier in der Serie spielen. Hier sehen wir jetzt eine Lagerhalle mit ein paar Containern darin und das Ganze sieht mir verdächtig nach Käfigen aus, denn wir haben hier so kleine Fenster mit offensichtlich auch Gitterstäben davor. Ich mutmaße jetzt einfach mal, oder ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Zwischenhälterungsboxen für die Atrozieraptoren sind. Oder vielleicht sind auch andere Dinosaurier da drin. Das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich mutmaße mal, dass es hier mit den Atrozieraptoren zusammenhängt. Hier in dieser Szene könnt ihr den Bus sehen, mit dem die beiden hier unterwegs sind. Und an diesem Bus fährt ein LKW vorbei und darin seht ihr einen Dinosaurier. Ich vermute mal von der Form her, entweder ist es ein Stegosaurus, wobei von der Form her sieht es etwas zu gleichmäßig aus. Es könnte auch der Bumpy sein, der hier in dieser Transportkiste untergebracht ist. So, jetzt ein weiterer Shot hier von einem Allosaurus, der hier ebenfalls in dieser Box oder in so einem Container transportiert wird. Es ist der Allosaurus aus Battle at Big Rock. Woran erkenne ich das? Ganz einfach, er hat hier ein weißliches Auge. Und in Battle at Big Rock wird ja der Allosaurus mit einer Armbrust beschossen. Und diese Pfeile landen im Bereich des Auges. Und deswegen kann es durchaus gut möglich sein, dass der Allosaurus hier entsprechend Schaden davon getragen hat. Und er hat auch einige Kratzer und Narben hier im Gesicht. Also es sieht schon aus, als wenn der Allosaurus schon einiges mitgemacht hätte. Die Farben sind hier sehr, sehr undeutlich. Da das Ganze hier im Gegenlicht aufgenommen wurde, kann man die Farben jetzt schlecht erkennen. Aber dieses Auge ist schon der Indiz dafür, dass es sich hierbei um diesen Allosaurus aus Battle at Big Rock handelt. In dieser nächsten Szene sehen wir wieder diese Container. Und hier könnt ihr schon so eine Art Gitterstäbe sehen. Und auch die vier wappnen sich hier mit einer Metallstange gegen irgendetwas, was da kommen mag. So, die Szene finde ich besonders interessant, da wir hier einen relativ eindeutigen Hinweis dafür bekommen, dass das Ganze hier auf Isla Nubla spielen könnte. Woran erkenne ich das? Ganz einfach, wir haben hier die typischen Zäune von Jurassic World, die man im Film sehen kann. Die auch in der Netflix-Serie. Das sind also die ganz typischen Zaunelemente. Und auch das Tor könnte quasi fast das gleiche Tor sein, welches wir schon in Jurassic World gesehen haben. Also mit anderen Worten, es geht mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zurück auf Isla Nubla. Das war auch schon der erste Hinweis auf die Namensgebung von der neuen Serie, die Chaos-Theorie. Inwiefern das Ganze hier zusammenhängt oder ob die beiden vielleicht einfach die Bücher von Dr. Ian Malcolm gelesen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schön, dass man das hier mit eingearbeitet hat. In dieser Szene sehen wir einen Dinosaurier, wo ich mir nicht sicher bin, was es sein könnte. Von der Schnauzen- oder Kopfform her könnte es auch ein Baryonyx sein. Allerdings ist diese Zeichnung hier sehr, sehr undeutlich. Vielleicht ist es auch ein Dinosaurier, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Ich meine jetzt die Vorschau in Form von Figuren. Denn der Merchandise gibt uns ja schon immer ein paar Hinweise auf die Figuren, die in der Serie vorkommen werden. Aber dieser Dinosaurier, ich bin mir nicht sicher, was es sein könnte. Also wenn ihr Ideen dazu habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Diese Szene ist da schon interessanter. Wir sehen hier den Paririnosaurus, den wir schon aus den Toy-Leaks gesehen haben. Also das war mir schon bekannt, dass hier der Paririnosaurus eine Rolle spielen wird. Dann haben wir hier Darius, dann zwei Wildhüter, offensichtlich mit Betäubungsgewehren und zwei Fahrzeuge. Von denen das eine Fahrzeug auf jeden Fall von dieser Organisation ist, die die Dinosaurier einfangen und betreut. Also die kennen wir aus Jurassic World Dominion schon. Und hier am Rand seht ihr schon die Nasenspitze vom Allosaurus. Zumindest denke ich, dass es der Allosaurus sein wird. Ja und hier habt ihr eben quasi das Maul, was hier geöffnet ist. Wobei der Winkel hier und die Zeichnung, vielleicht ist es auch was anderes. Auf jeden Fall ist es ein Carnivore, der hier auf die Gruppe losgeht. Und an dieser Stelle ist der Trailer so schnell geschnitten, dass man hier kaum hinterher kommt. Hier eine Verfolgungsjagd von den Raptoren an mehreren verschiedenen Stellen. Unter anderem auch hier der weißliche Raptor, der hier wahrscheinlich der gleiche sein wird wie in Jurassic World Dominion. Und hier schlägt sogar Kenji mit bloßen Fäusten nach dem Atroceraptor. Und hier im Hintergrund sehen wir eine Person, die mir noch nicht geläufig ist, was er mit den ganzen Sachen hier zu tun hat. Vielleicht beschützen unsere beiden hier ihn oder vielleicht haben sie ihn auch zur Rede gestellt. Wer weiß das schon, was das genau zu bedeuten hat. Im Hintergrund können wir noch eine Art Kran oder eine Art Turm sehen. Also wahrscheinlich wird das hier in irgendeiner Art Ruine oder Industriegelände stattfinden. Und hier könnt ihr jetzt einen neuen Dinosaurier sehen, den wir schon in den Toy Leaks gesehen haben. Und zwar handelt es sich um einen Beckel Spinox. So vermute ich, dass das ausgesprochen wird. Und Burnett, also scheinbar hat auch dieser Dinosaurier in der Serie wieder einen Namen bekommen. Denn auf der Verpackung stand das hier entsprechend so drauf. Er scheint hier auch eine Art böser Teufel zu sein, den wir hier an der einen oder anderen Stelle in der Serie zu sehen bekommen. Und er scheint auch nicht gerade der netteste Gesell zu sein. Hier könnt ihr auch sehen, dass der Dinosaurier auf dem Rücken ein Segel trägt. Ist also so eine gewisse Mischung aus, ja rein von der Optik her, zwischen Baryonyx und einem Spinosaurus. Also ein sehr, sehr interessantes Dinosaurierleinchen. Ja und hier könnt ihr den gleichen Dino nochmal sehen. Bloß eben aus einem Gewässer auftauchend im Mondschein. Sieht sehr, sehr mystisch aus das Ganze. Und er hat auch hier auf der Rückseite so ein paar schöne Stacheln aufgesetzt bekommen. Also er sieht sehr, sehr creepy aus. Und hier seht ihr auch die Szene, die wir auch schon im Teaser gesehen haben. Jetzt wissen wir allerdings, dass es sich hierbei nicht um einen Hybriden handelt. Ich dachte ursprünglich, dass es vielleicht so ein Spino-Raptor sein könnte, wie wir es aus Jurassic World Evolution kennen. Hierbei handelt es sich also um diesen Beckel Spinox. Also sehr, sehr interessant. So, hier habt ihr auch einen kurzen Blick auf sein sehr, sehr interessantes Gesicht. Sieht sehr, sehr krass aus, diese Dinosaurier. So mit dem Schwarz und diesem Rot. Dahinter dieses Grünliche. Also ich finde den jetzt schon richtig, richtig cool. Und genau so sieht er auch natürlich als entsprechende Actionfigur aus. Hier seht ihr jetzt einen Fuß und ich nehme mal an, dass es sich hierbei um die gleiche Szene handelt, die wir schon weiter vorne im Trailer gesehen haben, als quasi unsere Helden auf einem Container hockten und im Hintergrund dieser Turm zu sehen war. Ich denke mal, dass wir hier eben die entsprechende gleiche Stelle haben. Und hier seht ihr auch den mysteriösen Mann. Ich kann euch natürlich nicht sagen, was es für ein Dinosaurier war. Vielleicht war es dieser Beckel Spinox, vielleicht auch der T-Rex. Ja, also die Atrozeraptoren scheinen unsere Helden hier ganz schön auf Trab zu halten, denn sie kommen scheinbar sehr oft in der Serie vor. Hier sehen wir jetzt den Allosaurus, der hier aus dem Wald gestürmt kommt. Und direkt als Ablösung den T-Rex, der hier ebenfalls in dieser Industrielandschaft zum Vorschein kommt. Und damit könnt ihr auch sehen, dass sich das Ganze natürlich vor Jurassic World Dominion abspielt, da hier der T-Rex natürlich noch frei umherstreift, wohingegen in Jurassic World Dominion der T-Rex ja schon in das Reservat überführt wurde. Also demzufolge passt das chronologisch hier ganz gut. So, hier könnt ihr jetzt nochmal den Allosaurus sehen. Was ich interessant finde, ist, dass der Allosaurus hier relativ klein wirkt und auch rein von der Färbung her könnte das durchaus noch der Juvenile, also der halbwüchsige Allosaurus sein, den wir auch in Jurassic World Fallen Kingdom gesehen haben, die beim Vulkanausbruch die Flucht ergriffen haben. Da konnte man ja den Allosaurus das erste Mal sehen. Da hatte der Allosaurus diese gräuliche Zeichnung und auch diese sehr ausgeprägten Hörner, was sich beim Battle at the Big Rock Allosaurus ja dann scheinbar verlaufen hat. Also ich nehme mal an, dass das quasi, wenn der Allosaurus älter wird, dass dann quasi der diese blaue Zeichnung bekommt und dass diese gräuliche Zeichnung sozusagen die Jungtier-Färbung ist. Das war also der Trailer zu Jurassic World die Chaos Theorie. Jetzt haben wir uns das Ganze hier erstmal kurz und knackig durchgesprochen. Also ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge Dinosaurier, die hier in der neuen Serie vertreten sind. Der Pararinosaurus wird vorkommen. Dann haben wir natürlich unseren Bumpy, den Allosaurus, den Beckelspinax, die Atrozeraptoren, um nur ein paar Dinosaurier zu nennen. Ich nehme mal an, dass wir bestimmt noch das eine oder andere Wesen in Dinosauriergestalt zu Gesicht bekommen, die wir jetzt hier in diesem Trailer noch nicht gesehen haben. Wir müssen uns natürlich noch ein wenig gedulden. Am 24. Mai wird das Ganze hier veröffentlicht werden. Und ich schätze mal, dass das Ganze wieder früh um 9 Uhr deutscher Zeit eben entsprechend freigeschalten wird. Dann werde ich mir das Ganze natürlich hier zu Gemüte ziehen und bin schon echt gespannt auf diese neue Serie. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr vielleicht noch entdeckt habt oder was ihr noch für Ideen und Theorien habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dinosaurs, Toys & Merchandise und Jurassic World die Chaos Theorie. Macht's gut, euer Dino-Nerd. Tschüss! Tschüss!